ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu command and conquer remastered edition und genau willkommen in mission 6 und mit der in der zweiten folge auf 1080p tatsächlich ja ich hab's geschafft qualitätsmäßig bin ich endlich auf dem level und ja allerdings habe ich bei der letzten aufnahme noch mal festgestellt dass die einheiten zu laut sind so alles klar gut mission 6 alliierte wir haben uns schon hier beim letzten mal ein bisschen aufgebaut und da würde ich sagen machen wir das doch direkt mal weiter hier so 30 von 100 das braucht 40 energie das passt und ja leute genau willkommen zurück wir sammeln hier schön die edelsteine auf bei der guten alten remastered edition und naja guten neuen remastered edition er und da kommt doch schon wieder angeschissen hier los panzer was was will der panzer hier so meine güte alles klar lass mich doch mal hier aufbauen mensch noch einer angeschissen weg damit weg mit denen weg so los und ja wir müssen hier jetzt ja wir müssen hier jetzt die russen platt machen und einen spion in die gegnerischen technologie zentren einschleusen weil die forschen nach dem eisernen vorhang das müssen wir unterbinden so macht ihr das war ein flammenwerfer habt ihr es gesehen richtig geil und ja wie gesagt also finde ich sehr geil dass das spiel jetzt auf 1080p läuft und ich denke damit solltet ihr auch zufrieden sein hoffe ich doch mal und ja was baue ich jetzt noch flack stellung genau wir können flacks bauen leute und am besten mache ich mal einfach mal zwei panzer hier los da ist der da ist nämlich der russen panzer hier dann geht man da hinten hin bitte die manniken machte bitte erst mal kaputt hier los gummi panzer kann man bitte da oben sich um den panzer da kümmern los dieser panzer da noch mal so weiter geht's ja ist gut ich habe es verstanden ich muss flacks bauen leute alles klar würde ich sagen brauchst du noch mal ein sammler und danach bitte kampfpanzer so und da wirst du noch flack sie hindern was sagt denn ey flammenwerfer ach du penner wirklich gut dann macht die kaputt die flammenwerfer das geht ja schon wieder heikel hier los wirklich gut alles klar ich muss mich verteidigen leute ach du penner wirklich immer schön auf die energie ja gut das hat das kennen wir ja noch nicht dass sie gerne auf die energie in die gegner ist was macht die hat kaputt los die ticke 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 die mucke ist geil ich sage durch und ja freut mich dass wir wieder hier dabei seit bei einem guten alten neuen komandekonker und ich würde sagen wir bereiten uns mal weiter vorher reparieren die flugzeuge die nerven richtig alles klar dann noch ein kraftwerk war und der kommt hier gerne mit manniken angeschissen gut da ist egal kommen wir machen die kaputt da los und hier unten kommt da auch wieder aber das ist kein ding so leute jo werkstatt brauchen wir noch da hat er schon wieder die mäniken da oben verdammt noch mal bei dem blatt los das ist gut dass er dass man da auch automatisch drauf drücken kann hier der verfolgt den so lange bis er den platt fährt das ist noch noch eine komfortfunktion hier so dann würde ich mal sagen mauren wir uns mal weiter ein hier wo ich gleich noch ein paar flachs leute wir müssen noch ein bisschen was reparieren konstruktion ich hoffe es geht euch gut soweit mir geht es nämlich sehr gut ich nehme das ganze da war wieder eine katze im hintergrund und ja ich nehme das ganze am 11 juni tatsächlich auch im donnerstag also an diesem frohen leichnam leute hoffentlich könnt ihr den feiertag genießen ich kann ihn genießen da ich jetzt hier mal vorkommande konkur sitze genau leute und da fahren wir da drauf einfach so weg damit überfahrt die einfach überfahrt den so gut einfach eiskalt zack drüber gefahren ja dann würde ich mal sagen brauchen wir noch mal ein paar bunker hier keine tarnbunker ich habe tarnbunker gebaut ne ist egal ist egal leute gut und dann noch paar silos und dann am besten noch ein paar flachs habe ich noch genug energie ja ich habe noch genug energie brauche aber noch ein kraftwerk und dann würde ich sagen brauchen wir einen gummipanzer und jede menge kampfpanzer dann würde ich sagen dann können wir mal erkunden fahren so weil ich weiß nämlich schon in etwa wie die karte hier aufgebaut ist nein das ist falsch hier machte kaputt los macht die karte kaputt macht er denn hier da kam er wieder mit flugzeugen angeschissen ja das ist schön drüber gefahren geil und ja alles klar dann brauche ich mal weitere flachs hier vor allem hier vorne da kommt da gerne her die brauchen 40 energie genauso viel wie der radar und meine güte kein geld mehr oh man ja das ist wegen der panzer produktion hier ist mein gummipanzer und ja dann möchte ich mich an dieser stelle auch mal bedanken an alle zuschauer die mich jetzt dies hier gucken finde ich super dass ihr dabei bleibt auch beim neuen teil jetzt hier da wäre zum einen der flying dragon games zu erwähnen vielen dank dass dabei bleibt finde ich super und der jan hartung ist auch dabei ein neuerer zuschauer den habe ich bis jetzt noch gar nicht gegrüßt sei willkommen auf dem kanal lieber jan ja freut mich dass du dabei bist so hier geht es jetzt erst mal ab moment macht die kaputt los ja gut die gummipanzer hier im mensch gut dann hör mal auf panzer zu produzieren ich muss mal erst mal ein bisschen reparieren hier sagt sagt gut dass man die die goldgebäude direkt zieht hier sagt 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 und so leute wie gesagt freut mich dass ihr dabei seid und jetzt konnte ich gar nicht erkunden aber genau das ding hier unten müssen wir nämlich einnehmen diese radar zentrale leute damit wir hier eine werft bauen können und die wert die werden wir brauchen gut dann fahren wir hier rein war die kaputt war die mal platt hier los so rein da so leute dann würde ich sagen wollen wir weiter kampfpanzer also nicht wahr verdammt noch mal der mit seinen blöden kack flugzeugen da so machte kaputt los alles klar würde ich sagen kann ich nur eine bauen ich brauche noch ein kraftwerk alles klar gut dann machte kaputt und die voll am werfer auch ja gut egal gut leute dann beschießt denn hier die ganze zeit der flammen die flammenwerfer hier erstmal plattform schön so und dann würde ich sagen diese beiden panzer noch mal kurz heilen und dann mauer ich das jetzt hier mit flachs zu leute weil wir merkt er kommt sehr gerne hier angeschissen und ja da habe ich im bunker stehen das kein problem so wollte doch meine werkstatt gehen was ja gut ist erstmal egal wie gesagt ich der kann nach wie vor schießen das ist naja gut ich lasse das mal lieber ich lasse das mal lieber ich hab doch energie gut alles klar leute dann würde ich sagen wo ich mein ingenieur nehmen wir gleich mal diesen trupp macht das jetzt schon macht die kaputt da unten los macht er kaputt und zack und hier nochmal zack genau und hier zack weg damit genau leute so dann hier kaputt machen los und der ingenieur kann gleich zehn radar einnehmen wollte weil wir brauchen den oder wir brauchen den definitiv so dann machte stopp ingenieur rein hier und da kann ich währenddessen schon eine werft bauen ganz genau wir können nämlich jetzt zum ersten mal schiffe bauen tatsächlich und da würde ich sagen machen wir das mal reparieren konstruktion abgeschlossen ich glaube eine reicht leute und kack energie wirklich ja gut dann noch mal ein kraftwerk und hier kanonenboote leute ganz viele und vier transporter mal bitte weil wir brauchen transporter um die einheiten hier unten hin zu befördern bald hier auch nicht hier russische basis so alles klar noch mal überall einmal drauf drücken hier zack 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 so und die flachs hören sich geil an pack 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 wird gebaut wo hier ist bald keine kohle mehr ne das ist ein bisschen blöd so leute wir haben hier unsere schiffe sehr sehr cool das was die wasser grafik u-boote genau das ist russische u-boote da kann er trotzdem nicht viel machen ganz ehrlich so dann bauen wir noch mal weitere panzer hier los vier stück erst mal wegen der kohle weil das wird gleich länger dauern bis ich kohle kriege leute ist noch ein u-boot macht den kaputt los schießen kaputt sehr gut leute der sammler der kann hier die die edelsteine sammeln da kommt da wieder habt das gesehen da ist ein schiff da genau gut da macht die schiffe kaputt los macht macht der patzer kaputt da los nicht dein ernst nicht dein ernst gut dann schießt auf den panzer los da so ich lockt ihn hier rein eine kurze pause so da bin ich wieder ja meine frau war ganz kurz da deshalb ja so leute holst du denn hin hier was ist das denn leute schau dich das mal an was ist das für ein bug drei auf einmal hier wie geil was für ein geiler bug wir haben wieder keine kohle ich sollte am besten noch eine raffinerie bauen wenn die panzer fertig sind hier dann machen wir ein paar abbrechen hier und dabei würde ich sagen brauche ich noch eine alter schwede brauche ich noch eine raffinerie da unten so schiffe macht die mal kaputt da los so du kannst bitte die schiffe die können doch mal helfen hier so los helft demo das war ein raketenwerfer aber was macht der denn hier unten okay ja gut dann macht ihr mal platt hier oder könnt ihr an die basis locken das stimmt eigentlich ihr könnt ihr die basis locken leute die können wir helfen hier so sehr gut damit der turm die patzer ordentlich platt machen kann hier so los was macht ihr denn ihr seid ja schlau soll das denn so würde kaputt machen ist schon mal weg sehr sehr gut okay unser sammler ist fertig leute den wünsche mal sagen brauche ich mal hier so verkaufe ich das ding da oben nämlich sel hier verkaufen damit so sammler du kannst bitte hier unten rein so alles klar würde ich sagen haben wir jetzt schon unsere vier transporter eigentlich den haben wir noch nicht ein brauchen wir noch tatsächlich okay gut dann handy wieder ok google und ja genau leute wie sagt kommt das schon wieder angekackt hier mensch direkt damit ist das denn flammenwerfer ok krass das sind flammenwerfer leute was weg damit ja der kommt gerne angeschissen hier ich merke das schon der kommt gerne angeschissen was du denn fahr doch hier unten in ordnung der kommt gerne von hier unten kann das sein ja ok alles klar dann würde ich sagen kann ich ja noch ein paar ach du heilige gut dann dann macht die raketenwerfer kaputt verdammt so macht er weg los würde ich sagen brauche ich noch ein turm hier unten hin weil er kommt gerne von hier merke ich gerade das ist alles ein bisschen ein bisschen doof aber wieder die katze im hintergrund und stelle die panzer mal hier ab damit wir hier in ruhe sammeln können konstruktion ab und ein tümchen noch und ja genau leute ich sagen reparieren war die noch mal hier konstruktion ab und diese geile mucke hier wirklich noch ein geschützt turm weil er kommt hier gerne mit panzer die ganzen schiffe reparieren 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 reparier dich ganz genau ich sagen sammeln wir die mal transporter können hier hin so den mal reparieren sehr gut und hier noch ein turm hin einfach hin klatschen damit damit es schnell geht leute ich würde sagen ich habe immer langsam meinen angriffstrupp bauen wir einige kampfpanzer bitte so zehn stück ich werde nämlich nur mit kampfpanzern hingehen weil wir haben hier noch keine artillerie die ich nutzen kann brauchen sogar schon sie los wie ihr hört weshalb drei kanonenboote aha da kommt euch nämlich schon wieder angeschüssen da dreht ihr das drei kampfpanzer so zack weg mit dem und weg damit sehr sehr gut so bestätigt sofort jawohl alles klar der kommt also gerne hierher ja gut ist klar dann muss ich da ein bisschen meine verteidigung festigen ein einheit so der da der kann sich noch mal reparieren so ihr geht da hin zack einheit reparieren hellmarsch jawoll leute der gute alte hellmarsch du 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 so einheit bereit geht ihr mal reparieren bitte wird gebaut wird repariert wir haben drei sammler das ist schon mal sehr gut deswegen haben wir auch keine geldnot hier wird repariert gut einheit bereit schade dass man hier immer noch nicht das machen kann aber ist okay leute gut dann nehme ich mir mal die schiffe einheit bereit wird geprägt wird geprägt wird geprägt wird geprägt wird geprägt genau und ja leute dadurch dass ich jetzt meine aufnahme eben kurz unterbrechen musste habe ich jetzt meine uhr wieder eingeschaltet das so dass hier dieser timer eigentlich obsolet ist aber ist in ordnung ich habe lieber einen timer dann weiß ich nämlich auch dass die aufnahme noch läuft genau leute fahrt mal lieber erstmal hier unten hin da hat er nämlich schon ein u-boot schaut mal da ist das u-boot zack direkt weg machen das ist so geil gut dann brauchen wir auch noch mal ein paar panzer hier zehn stück dann erkunden wir nämlich erstmal hier alles data u-boote mach die kaputt los zack oh tesla spule oh verdammt okay egal mach schnell dann mach die kaputt los und zack so sehr gut da kommt er mit flugzeugen ach du heilige ich finde es geil dass man die flugzeuge auf der karte sieht ne ist euch das aufgefallen wir haben die flugzeuge auf der karte gesehen sehr interessant genau ich kann mich noch erinnern dass hier unten man hier rein konnte war toll und hier an die energie dran kam genau leute hier genau nach wie vor genau aufgebaut leute die mission kannst du da drauf schießen du kannst sogar da drauf schießen das ist schon mal sehr gut dann mach das mal kaputt so leute hohoho schauen wir euch mal die armee an wir haben schon so viele panzer das ist unglaublich 4,5,6,7,8 ah verdammt ich muss gleich nochmal nachzählen gut dann mach die energie kaputt so zack dann schießt da drauf kann da einer drauf schießen jawoll sehr sehr gut dann schießt da einfach drauf aha flugzeug wieder nix da boah drei stück war nicht mal schlecht so leute ich glaube dann haben wir wir haben noch 10 minuten ich glaube dann haben wir unsere armee vollständig der macht die noch kaputt sehr gut dann kann ich mal nachzählen wie viele haben wir denn ach ja ja ich brauche mir noch einen transporter ich glaube das sind nämlich zu viele 4,8,11,14,16,19 15 15 ein noch so dann haben wir dann haben wir 30 kampfhanser hier so sehr gut dann kommt ihr mal bitte hier oben hin so leute dann würde ich mal sagen können wir hier das hier ist unser team 1 leute und dann hör doch mal auf das nervt doch gut leute dann die 5 können wir hier rein einmal aufladen einmal einladen bitte hier ach mensch ach mensch dann lass dat kommt der denn da oben her hey kommt der denn her oh mein gott was macht der denn da ist der blöd ja toll so meine güte reparier halt alles zack zack so die beiden noch und der hat das geschafft sehr gut hier unten auch nochmal reparieren gut dann würde ich sagen können wir uns für den angriff rüsten die 5 können wir hier hier links rein no wir brauchen sie wir brauchen sie das jetzt mir ist erstmal egal da kommt er schon wieder genau dann wenn ich angreifen will ach verdammt egal leute das ist noch ein raketenwerfer da unten was war dat denn sehr cool so der ist voll ach du ach du heilige da hab ich mich jetzt aber erschrocken klasse okay die sind voll okay warum sind die denn voll nochmal ja gut alles klar dann die 4 noch hier rein die 5 hier rein neue werft zack boah der nervt langsam wirklich mit seinen kackflugzeugen da ja das ist gerade ein bisschen zu wenig ne finde ich so komm hier hin lad dich ein los ja die die 4 sind Team 2 so genau wir brauchen wieder sie das heißt dann der ist Team 2 wir brauchen sie das ist egal wirklich Leute so die Schiffe können wir bitte ach mensch die Schiffe sind doch Team 2 so verdammt erwarte ihre Befehle ja Sir in Ordnung wir brauchen sie ach mensch jetzt ist das schon wieder so ein blöder blöder Sack hier ja dann bau halt einen Bunker ganz ehrlich Leute das nervt das nervt wirklich wie hier immer genau einer rauskommt hier so so alles klar dann würde ich sagen geht ihr beide euch mal reparieren hier unterstützt man die Verteidigung da der ist echt auf meine Werft auch gesehen hier ah das ist ein U-Boot oh mein Gott ich brauche glaube ich noch ein paar Schiffe hier so dann bauen wir hier noch ein paar Schiffe los und ja Leute ich hoffe es geht euch echt gut soweit ja Corona Krise ist ja hier im Moment ein bisschen ein bisschen am abklingen also hier wird ja alles irgendwie ungelockert wieder aufgemacht ungelockert sag ich schon unkontrolliert wieder aufgemacht und ja keine Ahnung was ich davon halten soll das ist einfach ja alles ein bisschen unüberlegt ich hoffe aber trotzdem dass ihr so gut wie es geht durch die Krise durchgekommen seid und ja bei uns ist es halt so wir sind sehr viel zu Hause ja gut Leute kann ich sagen haben wir hier jetzt alles freigeräumt ist schon wieder ein Flugzeug von dem das ist unfassbar wirklich gut wir haben alles freigeräumt dann kann ich mir die nehmen und angreifen weiter los schneller ah stimmt wir brauchen noch einen Invasoren wir brauchen noch einen Invasoren Ingenieure zwei glaube ich wir waren das oder wie viele keine Ahnung da war wieder die Katze so Leute das Ding ist für die Ingenieure ah kui nicht schlecht Leute nicht schlecht batz 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 nein hier rein bitte hier rein geht doch da rein so genau alles klar kommt doch schon wieder da da kommt doch schon wieder mit seinem Flammenwerfer krass ja gut dann fahr die kaputt mach die platt ja gut hätten sie auch so schon hingekriegt gut Leute dann würde ich mal sagen fahrt ihr mal hier hin und ihr fahrt die Invasoren die fahren wir bitte da hin so gut Leute wir fahren zum Gegner haben hier schon die Energie gut platt gemacht und oh keine Musik mehr oh Leute Typ jetzt hör mal auf dann liebe Sammler schlag mal bitte hier stehen oder wo sind die anderen Sammler der nervt der nervt so um die Meldung einfach wegzukriegen deshalb was ich die was versucht er da schon wieder hier dann lasse ich die Sammler einfach da stehen jetzt so die Mucke ist geil so old school ach du scheiße Leute die old school Grafik ist so übel schau dir das an ach du heilige aber so verpixelt war es nun auch wieder nicht als ich das gespielt habe nein nein was versucht er denn da ständig man 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 gut Leute dann würde ich sagen raus mit euch ey so raus mit euch Landung boah ein Mammutpanzer ach du scheiße Leute das ist ein Mammutpanzer gewesen so dann raus hier los die KI komm raus los rein da wir haben noch zwei Minuten die Mission kriegen wir noch hin hier die schaffen wir noch einfach alles platt machen hier los zack der hat viel hier ja der hat viel so zack zack weg machen das ist noch der Mammutpanzer oh mein Gott alles klar aber kriegen wir hin Leute kriegen wir hin so wir haben noch zwei Minuten schaffen wir noch das schaffen wir noch hier los zack mach den Bau auf platt weil vielleicht verkauft er dann alles die U-Mote noch weg machen so dann den Raketenwerfer die Hundehütte so was mir auch aufgefallen ist hier in dieser Version haben diese Runde rote Augen voll creepy ganz ehrlich aber gut Leute Energie platt machen die Panzer platt machen Silus platt machen außer die Technologiezentren die müssen stehen bleiben Leute so ach ne wir müssen glaube ich Spione da reinschicken die Einsatzziele sind glaube ich dass wir einen Spion da reinschicken müssen ok dann mach noch diesen Mammutpanzer hier platt hat er kaputt los mächtigste Panzer hier im Spiel zumindest im Original so da ist noch eine Hunde gut die beiden Spione sind da ich glaube wir müssen Spione reinschicken ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher und dann macht ihr noch diesen Mammutpanzer kaputt pratz 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 oder Moment ich guck mal mal eine Einsatzbesprechung äh gibt's das hier irgendwo nö gibt's ah hier äh wenn sie müssen werden sie alles vernichten einschleusen ich glaube das ist tatsächlich mit dem Spion hier gut dann fahren wir hier runter halbe Minute noch ja ich ich werde ein bisschen überziehen Leute äh ja damit wir die Mission noch fertig kriegen hier ne gut Spion hier rein mal gucken ob das reicht weil danach können wir nämlich alles platt machen hier so James Bond einmal eine Aktion Gebäude tatsächlich was für ein Spion Leute zerstören sie alle sowjetischen Einheiten und Gebäude gut dann machen wir das noch eben meine Uhr klingelt nämlich genau jetzt aber ist egal Leute die machen wir jetzt noch zu Ende die Mission was sollen dat ey so was sollen dat wenn ich jetzt hier den neuen Part am Ende der Mission anfange das ist bisschen doof alles klar macht dat kaputt die Manneken noch einmal drüberfahren hier und zack und zack hat da hier noch irgendwo was U-Boote hat da hier noch U-Boote irgendwo rumhängen oder warum ah da da kriegt er nochmal einen Spawner ich fasset nicht ey wirklich da kriegt er nochmal einen Spawner hier deswegen kann ich die Mission nicht abschließen was soll das denn ja gut äh dann was soll das denn ja gut dann macht die noch kaputt ganz einfach jetzt macht er uns am Ende noch platt das wärs ja so dann macht die kaputt was ist das denn da kriegt er am Ende nochmal einen Spawner was soll das denn ja ich hab ne Verteidigung hier stehen Leute kein Ding so dann fahr die kaputt bestätigt äh das Manneken die Manneken hier los jetzt fahr die kaputt los da hat er am Ende nochmal einen Spawner gekriegt wie krass wirklich ich mach den kaputt hä hä ähm ist das verbuggt Moment mal die Folge die wird jetzt ein bisschen länger tatsächlich äh ach vielleicht ein U-Boote hier oder so hier die U-Boote stimmt da waren U-Boote noch genau Leute ja die Folge wird länger das ist einfach so weil ich hier nicht letzte Einheit finde hä ähm ist das verbuggt ich finde keine U-Boote mehr hier vielleicht hier unten oder so keine Ahnung ne gib mir gib mir alle Schiffe gib mir alle Schiffe bitte so Team 2 mein Subtrupp hier was gibt's denn hier noch Moment irgendwas auf der Karte irgendwas nicht angezeigt wird das ist jetzt ein bisschen komisch muss ich sagen hä wieso wird hier nichts angezeigt vielleicht vielleicht hier in der Ecke noch ein U-Boot das verstehe ich jetzt nicht sorry hier vielleicht noch ein U-Boot irgendwo in der Ecke hä Leute wieso triggert das Missionsende nicht hä alles alles vernichten ja ich hab doch alles vernichtet Leute ist das ein Bug oder hier noch ein Sammler oder so wir haben alles platt gemacht Moment was macht der denn da bleibt mal hier stehen ähm Leute ich hab doch alles kaputt gemacht ach guck mal da ein grenadier na super und das hat mich jetzt zwei Minuten Aufnahmezeit gekostet der Penner Vater fahr dem fahr dem platt wir kriegt den nicht kaputt jetzt oh man jetzt aber alles klar gut Leute ja 34 Minuten weil halt Infiltrierung des 1 Bonus Galerie alles klar Leute die gucke ich mir noch kurz an hier fortsetzen die Europagarte hier die russen breiten sich nach wie vor in deutschland aus gut Leute gucken wir uns noch eben kurz die Bonus Galerie hier an was ist das denn eric durch hängt im green room ab okay geil alles klar ein schiller okay ja cool Leute dann würde ich mal sagen sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder bei Mission 6 bei Mission 7 schon und wenn euch die Folge gefallen hat dann lasst mir doch gerne mal ein Like oder Abo da würde mich sehr freuen und dann würde ich sagen will ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag Tschüss Tschüss